Du, Arben, als wir gewusst nicht wie Meister arg warst, ne? Da wird die Walle oben sagen, du hast so ein Söpke zu mir betalt. Weiß was? Das muss nicht vermögen werden. Wo Geld so was rumproben hat, das löst du mir nicht. Wieso? Als ich gewusst nicht, wie Meister wegfahren wollen, hab ich kein Names mehr an heute. Ja. Da sehen sie doch gleich die Söpke zu wohl aus.